Mein Name ist Florian Vollert, ich bin Assistenzprofessor für Unternehmensrechnung und Sportökonomik hier an der Privatuniversität Schloss Seeburg in Seekirchen am Wallersee. Nach dem akademischen Dreiklang unterteilt sich Wissenschaft in drei Aufgabenbereiche, die Forschung, die Lehre und die akademische Selbstverwaltung. Wichtig ist dabei, dass Forschung und Lehre stets Hand in Hand gehen und die neuesten Erkenntnisse, die wir im Rahmen unserer wissenschaftlichen Projekte erarbeiten, auch unmittelbar den Studierenden vermittelt werden. Um mir gleich mit einem weit verbreiteten Vorurteil aufzuräumen, es war nicht die Mathematik, wie man es für einen Ökonomen vielleicht erwarten könnte, sondern es war das Fach Deutsch. Insbesondere haben mir Erörterungen und Interpretationen sehr viel Spaß gemacht. Ich habe den interdisziplinären Studiengang Wirtschaft und Recht an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken studiert. Einerseits sind Unternehmen in vielerlei Hinsicht durch Gesetze reguliert und andererseits hilft der ökonomische Blick beim Verständnis und der Verbesserung dieser rechtlichen Rahmenbedingungen. Gerade in meinem Bereich der Unternehmensrechnung ist die externe Rechnungslegung überwiegend durch das Unternehmensgesetzbuch geprägt und determiniert. Mir hat die Verbindung besonders Spaß gemacht. Man denkt zwar immer, dass Interdisziplinarität den Schwerpunkt eigentlich verwässert, aber ich bin vielmehr der Ansicht, dass unsere Welt so komplex ist inzwischen, dass wir zukünftig eher mehr als weniger Interdisziplinarität brauchen, beispielsweise auch zwischen Informatik und Ökonomie. Neben vielen kleineren Themen, die mich interessieren, arbeite ich in mehreren universitätsübergreifenden Forschungsgruppen insbesondere an drei Projekten. Aus Sicht der Sportökonomik sind es insbesondere die finanzwirtschaftlichen Fragen, die ich spannend finde, beispielsweise zum Einfluss ausländischer Investoren oder zur Bewertung der Ressource Spieler als Humankapital. Im Hinblick auf die weltweite Covid-19-Pandemie, die uns derzeit ja sehr stark beschäftigt, finde ich insbesondere die politisch-ökonomischen Aspekte interessant. Beispielsweise die Frage, wie man Gesundheitsschutz und Freiheit in einer modernen Gesellschaft sinnvoll in Einklang bringen kann. Ein weiteres Projekt, an dem ich arbeite, beschäftigt sich mit der ökonomischen Analyse der Regulierung des europäischen Wirtschaftsprüfungsmarktes. Ja, Norbert Elias schrieb mal einen ganz wichtigen Satz, der es unheimlich gut trifft. Wissenschaft ist die Jagd nach Mythen. Es ist vor allem die tägliche Herausforderung, sich neuen Problemen zu stellen, zum besseren Verständnis der Dinge beizutragen und auch konkrete Vorschläge zu machen, wie wir mit Herausforderungen unserer Zeit in einer modernen Gesellschaft umgehen können. Für mich ist die Ökonomik daher vielmehr eine sozialwissenschaftliche Methode als eine inhaltliche Disziplin. Es geht im Kern darum, wie Menschen mit knappen Ressourcen umgehen, um ihre subjektiven Ziele zu erreichen. Ja, daran kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. Das war zum einen die Annahme meines ersten Aufsatzes durch eine Zeitschrift. Den Beitrag hatten damals mein guter Freund Johannes Biver und ich noch als Masterstudenten zusammen verfasst. Zum anderen war es wahrscheinlich der 1. Oktober 2019, als nach meiner mündlichen Doktorprüfung verkündet wurde, dass ich mit Auszeichnungen promoviert wurde. Und in jüngster Vergangenheit war es vor allem der Ruf hier an die Privatuniversität Schloss Seeburg in Seekirchen, der mir richtig große Freude bereitet hat. Die größte Herausforderung ist sicherlich die Widerstandsfähigkeit gegenüber Rückschlägen. Es ist in der Wissenschaft absolut keine Seltenheit, dass Forschungspaper zahlreiche Ablehnungen erfahren, man mehrere Runden durch anonyme Begutachtungsverfahren gehen muss, bis vielleicht nach Jahren eine Publikation erfolgt. Der Markt ist sehr eng, es gibt viele gute Leute, der Wettbewerb ist hart. Allerdings macht das auch gerade die Spannung in meinem Beruf aus. Ein weiterer Aspekt, den man lernen muss, ist das Abschalten. Als Wissenschaftler haben sie keinen Feierabend, sie haben sprichwörtlich keinen 9-to-5-Job, weil sich Ideen und Gedanken eben nicht an Arbeitszeiten halten. Ja, als Sozialwissenschaftler wird man natürlich keine Erfindung im klassischen Sinne tätigen, wenngleich es ja doch den berühmten Geistesblitz gibt. Ich würde mir mit meinen bescheidenen Mitteln wünschen, dazu beitragen zu können, dass sich in der Gesellschaft ein besseres Verständnis des Zusammenspiels der verschiedenen Institutionen etabliert. Gerade im Hinblick auf die Rolle von Unternehmen, Aufsichtsbehörden, Interessengruppen, Politik und Medien existieren meines Erachtens noch sehr viele Missverständnisse und Fehleinschätzungen in der Bevölkerung. Ja, weil Forschung nicht nur der berühmte Elfenbeinturm ist, von dem man so viel hört, sondern man sich mit ganz konkreten, realen Problemen beschäftigen darf, die Individuen und Organisationen jeglicher Art betreffen. Nehmen wir beispielsweise aus meinem Bereich Unternehmensrechnung den jüngsten Bilanzskandal um die Wirecard AG in Deutschland. Da wird deutlich, dass beispielsweise Unternehmensrechnung oder Wirtschaftsprüfung viel mehr sind als bloße Zahlenschiebereien. Wir müssen Entscheidungsprozesse, Anreize und Kontrollmechanismen verstehen, um diese verbessern zu können. Moderne und internationale Forschung in den angesprochenen Bereichen ist daher viel verhaltenswissenschaftlicher orientiert, als dies gemeinhin bekannt ist. Man sollte Entdeckergeist, Kreativität, Widerstandsfähigkeit und ein ausgewogenes Maß zwischen Detailverliebtheit und Pragmatismus mitbringen. Ber腿 Kreativität Kreativität AGAIN Kreativität Vielen Dank.